Schön, dass ihr alle gekommen seid. Mein Name ist Julian Hain. Die OSMC, eine Spitzenkonferenz. Was ist die Grundlage für eure Besuchung dieses Jahr? Ich bin sehr interessiert. Ich wollte wissen, was die Open Source geht. Wie gefällt Ihnen die diesesjährige Konferenz? Die Konferenz gefällt mir sehr gut. Es sind sehr interessante Themen dabei. Es hat wirklich Spaß gemacht, hier zu sein. Aktuell gibt es gerade die Herausforderung, was brandaktuell mit dieser Konferenz zusammenpasst, dass wir Tomcat-Systeme einsetzen. Von der Organisation her ist es wirklich top. Es macht Spaß. Es ist schön, neue Leute kennenzulernen, die auch mit den Projekten zu tun haben. Was ist denn der genaue Grund für Ihren Konferenzbesuch auch dieses Jahr? Da ich aus der klassischen Nagios-Icinga-Ecke komme, also wir hauptsächlich mit dem Monitoring beschäftigt sind, war es bei mir so zweigeteilt. Zum einen war es, dass ich Neuigkeiten erfahren wollte rund um die Produkte, also was jetzt den Singa, was den Singa betrifft, zum anderen seinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Das war's. Dann wünsche ich uns allen viel Spaß. Schön, dass ihr da seid und schöne Tage. Danke. Ich hab's nicht gemeint. Ich hab's nicht mit meinen Schäden-Unfragen auf dem Kollegen nicht geregelt. Ich hab's nicht so gut gemacht. Ich hab's nicht gemeint. Ich hab's nicht so gut gemacht. Vielen Dank.